Heho, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von eurem MC Zocker und heute zeige ich euch mal wie ihr bei meiner 100k Verlosung teilnehmen und eventuell sogar gewinnen könnt. Die plane ich nämlich zu meinen 7000 Abos. Aber bevor ich euch das zeige und im Hintergrund ein bisschen Skywars spiele, grüße ich noch ein paar Personen. Also Grüße gehen raus an ReviselHD, an Freaks Games, an Crash Games Brawl Stars, an Hermann Production und an Chaos Pool 99. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Brawl Stars findet. Ich persönlich spiele es jetzt nicht so gerne. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich bin eher so der gleich Royale Spieler. Aber im Moment ist das Spiel ja relativ gehypt. Und ich würde sagen, ich zeige euch gleich wie ihr gewinnen könnt und wie ihr teilnehmen könnt in der Runde. Bis gleich. So Leute, dann beginnt ja schon die Skywars Runde. Unser Equip ist mäßig, würde ich sagen. Aber kommen wir zu den 100k. Also, ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben. Ich zeige es euch einmal. Und dann was ganz wichtig ist, dahinter müsst ihr schreiben, warum ihr gewinnen wollt. Zum Beispiel, ihr schreibt einfach dahinter, ich will die 100k gerne gewinnen, weil ich, sage ich einfach mal vor, einem Monat und 50k gescannt wurde. Dann habt ihr eine Chance zu gewinnen. Ihr kommt nämlich dann in eine Excel-Liste, die ich erstellen werde. In dieser Excel-Liste stehen alle Teilnehmer. Und jeder hat eine eigene Nummer. Die halt nach dem Prinzip ist der erste halt eins, zweite zwei und so weiter. Und ich werde dann mit einer Seite im Internet, werde ich dann eine Zahl auslosen. Dann gucke ich die Zahl in der Excel-Liste nach und die Zahl wird dann die 100k gewinnen auf Creeper Games. Aber ich würde sagen, Leute, ich bin jetzt einfach mal noch die Runde zu Ende. Sagen wir pushen die mal. Das hier war jetzt ein etwas kleineres Video, weil ich euch das nur mal erzählen wollte, wie ihr die 100k verlosen könnt. Da wir jetzt auch schon fast 7000 Abos sind, ist es noch nicht lang her, da haben wir die 6k geknackt. Also, wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Und auch Danke an unseren Maid, dass er uns hier so gut genug gelassen hat. Beschwerden kann man sich da eher weniger, würde ich sagen. Wenn mein Maid wüsste, wenn mein Maid wüsste, was in unserer Base für ein krasser Loot war. Gut, der ist auch voll dir, glaube ich. Ja, was macht mein Maid denn da? Ist das dumm oder so? Mein Maid hat mich gekillt. Wow. Ich bekomme immer diese Teammitglieder, die einfach nichts können. Egal. Ich würde sagen, Leute, das war dann hier vom kleinen Video. Viel Glück auf jeden Fall beim Gewinnen. Ausgelöst wird der ganze Spaß dann in zwei Wochen. Das Datum blende ich hier euch nochmal ein. Das ist nämlich die Woche, in der ich nicht im Urlaub bin. Dazwischen bin ich nämlich zweimal im Urlaub. Einmal davor, einmal danach. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da unten, ein Abo. Macht auf jeden Fall bei der Verlosung mit. Haut rein und tschau und viel Glück beim Gewinnen.